Das Besondere an unserer Idee ist, dass die soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz in einer direkten Aktion ganz praktisch zusammendenkt. Die Idee ist entstanden letzten Sommer, kurz bevor das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist, die wirksamste Klimaschutz-Sofortmaßnahme der Ampelregierung. Und wir saßen mit ein paar Freunden zusammen und haben uns überlegt, das kann eigentlich nicht sein. Es war so ein unbeschwerter Sommer, man konnte überall hinreisen und gerade Menschen mit niedrigem Einkommen wurden eben durch dieses 9-Euro-Ticket ganz konkret in ihrem Alltag finanziell entlastet. Wir haben nach einer Idee gesucht, wie man das letztendlich einfach fortführen kann. Genau, da kamen wir auf den Gedanken, dass man doch einfach weiter 9 Euro einzahlen könnte, allerdings nicht wie letzten Sommer an die Verkehrsbetriebe, sondern in einen Spendentopf. Und wenn dann einzelne Leute, die Mitglied sind in diesem Spendentopf, beim Fahren ohne Ticket erwischt werden, dann schreiben Sie uns einfach ganz unkompliziert per Mail an und wir überweisen dann das erhöhte Beförderungsentgelt für Sie. Wir wollen, dass Klimaschutz gerecht gestaltet wird für alle.